Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, ich habe das Spiel vergessen, Rainbow. So jetzt. Mit Yannick, Nico und Steven. Moin. Moin. So, erst mal die Option, guckt sie euch schön an. Damit auch der Sound nicht so laut ist. Ist egal, da hast du Zeit auszuführen. Ja, ist kein Problem. Ah, gut luck. Immer auf, Freund. Immer auf, Freund. Get likes. Ja, da, gut luck. Gern. Gesellschaftslehre. Mach mal deine Musik aus, Alter. Mach mal deine Musik aus. Ja, für die Zuschauer auch aus der größten Perspektive, die es gibt. Gute Arbeit, Alter. Gute Arbeit, Alter. Steven, warum spielst du eigentlich Fuse? Ich dachte, es gibt Kapkan-Action. Hä, nein, er hat doch gesagt, er muss nur diese Einheit nehmen, sag schon. Ja, das ist ja nicht so, dass Kapkan zu das Besten hat gehört, ne, Nico? Ja, wie soll ich denn Kapkan jetzt? 10 Sekunden bis zum Einsatz. Das war ja auch nur ein Job, Mann. Oh, schlagt euch. Soll ich vorbeikommen? Okay, Daddy. Weiter zum Standort. Also, das ist gut, weil zwei oben. Hauptbahnhof, Junge, oder? Ha, ha, ha. Hauptbahnhof, Junge. Ich komm mit dem Messer zu süße rein, Alter. Das glaub ich dir, Steven. Bei CS, ja, ne? Oh, da gehen wir richtig rein, Alter. Oh, da gehen wir richtig rein, Alter. So wie bei dem Bild, ne? Ja, ne, hör mal auf damit, Alter. Das war wieder... Ja, ja, komm, Steven. Gib's zu, du hast... Guck weg. Guck weg. Okay, ich war kacke gerade hart. Hä, Leute, warum schießt den denn keiner ab? Lenkt keine Hande draußen. Ich sag gar nichts dazu jetzt. Ne, egal. Wo ist der? Draußen. Den hat erst... Ach, Gottes Willen, ey. Den... Vergeweite ich den armen Jungen erstmal. Kann ja nicht wahr sein. Hast du das gesehen? Ja. Wo ist denn der? An der selben Stelle in diesem Eisraum da drin. Bin ich behindert? Wo denn auf der? Auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Komm mal bitte auf meine Sicht. Warte. Alter, Steven, Alter. Warte mal, die Kamera liegt hier. Kann ja nicht wahr sein. Äh... Da, da sind wir da. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ey, hab ich nicht drauf geachtet, Alter. Ja, hast du denn erstmal alle aus? Go, Steven. Go, Steven. Der Puls... Ach, ne. Der Puls wird ich da wahrscheinlich eh sehen. Aber wie gesagt, äh, ich hab da angesagt, dass wir uns nicht mehr sind. Ach! Eigener Druck neutralisiert. Aber er meinte ja immer dazu zu reden. Ist das schon zu reden? Ja, dann lehnen wir uns nicht mehr. Super! Stilles Schweigen. Schweigende Lämmer. Oh, echt? Hm? Sind doch. Durchretzen, ihr Pisser. Na ja! Na ja! Hadouken. Hadouken? Hadouken! Oh, Yannick, ich hab heute den ganzen Tag Overwatch gespielt, ne? Und wie lief's so? Richtig gut. Echt? Ja. Wer interessiert's? Ja, Yannick vielleicht. Ich hab jetzt auch alle außer dem... Ja, unsere Zuschauer auch. Also Leute, hier alle Infos über Steven, wenn ihr wollt. Guckt einfach das Video weiter. Ja, erzähl weiter. Ich hab alles. Ich hab 3.000 Resseln. Ich hab das Fissen bekommen, die ich dann von Steven gekriegt hab. Ah, Alter, halt doch die Fresse. So ein... So ein Lackernal. Jetzt fehlt mir nur noch von der Mordenskitzel. Das ist der Lager da. Dings, aber da spiel ich dann die nächste Zeit an. Selbst wenn ich so Geld dafür ausgeben würde, ich glaub ich würd noch nicht mal alles ganz bekommen. Ich hab dann viel zu wenig... Also wenn ich viel zu wenig Lack hab im Spiel. Nicht mehr als vorher. Was soll ich denn sagen? Ja, gut. Ja, komm René, du hast sowieso die Arschwarte gezogen. Ja. Ja. Man kann ja auch nicht überhelfen. Ja. Man kann ja auch nicht überhelfen. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Er liegt über dir. Er liegt über dir. Er liegt über dir. Kanate. Ich hab ihn auch geschossen. Nee. Er ist da links gerabbelt. Ist einer von der Mordenskitzel? Nee. Nein. Hier ist ein Montanjer. Wo? Und hier ist auch noch ne Ash oder sowas. Ja, ist ne Ash, Mann. Ist das scheiße, dass keiner bei mir war. Wir sind bei dir, aber... Ja, ihr seid bei mir. Halt dein Maul. Sorry, dass wir in der anderen Ecke stehen. Janik, du stehst ein bisschen offen. Ja, ich wollte gerade den Typen da. Der eine ist angehebt. Da oben ist wieder einer. Alter. Seh ich hier irgendwas? Nee. Ich hab halt meine Kameras genau auf der falschen Seite gesetzt, ne? Wovon die nicht kommen. Ist halt GG. Janik, guck mal nach rechts. Ich glaube überall. Ich muss mal aufpassen. Der kommt, der Montanjer. Das ist weg! 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 Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden erckt. Die Dings ist halb tot. Schau es nicht. Was hast du denn da probiert, Janik? Den Bio-Gefahrgutbehälter beschossen? Habt ihr das gehofft? Pass auf! Da ist auch noch eine Ash, ne? Ja, nicht so! Mann, mein Gott Leute! Jetzt steht da oben. Pass auf! Das ist auch noch eine Ash, Niks. Schicks! Montanjer! Oh man, che! Siehst du? Ohhhh, ahhh. Ein eigener Druckneutrales Risiken. Eine schnelle Runde. Ja. Alter, schnell du Tod. Hast du schon leben können oder was? Ja. Ich hatte nur noch 13 oder so. 14. Ah. 14? Ich nehme... Vielleicht diese Runde mal ein bisschen mehr reißen. Ja. Das wäre irgendwie... Oh Jannik will es wissen. Hm, warum ist es doch nicht schlecht? Äh... Oh, wow. Was ich will nicht dahinter mit seinem Blackbeard-Boy? Ach stimmt, du warst jetzt die ganze Zeit nicht dabei. Ich spiele voll oft mit dem, Nico. Echt? Ja. Nur irgendjemand muss halt mit ihm gehen. Ja, das stimmt. Du siehst. Sonst ist er useless. Den Standort des Bio-Gefahr-Mutrails da hinten. Ich kann das mit meiner Runde sein. So, können die dich mal irgendwie ganz oben... Spring doch. Ja, Speiner. In unserem Keller sind sie schon noch nicht. So weit ich... So weit ich... Keller sind so schwer aus. Ich gehe nochmal runter in Maschinenraum. Ja, Maschinenraum. Ich kann nicht mehr hoch. Weißt du schon da. Auf der anderen Seite... Die sind glaube ich oben. Aber ich habe keine Ahnung wie ich hier hochkomme. Ja, gut. Gehen wir mal alles gucken. Na ne, ist er unten. Gehen wir mal die Treppe hoch. Oh Mann. Nochmal die Treppe hoch. Huaaaaaah. Ja, da geht es runter. Da sind sie doch schon. Einsatz in 10 Sekunden. Ich habe ihn erwischt. Das freut mich sehr für dir. 5 Sekunden bis Einsatz. Alles rottet. Mama. Mama. Schnell die Drohne retten. Oh, er hat sie kaputt gemacht. Also vielleicht du. Das war mal so richtig geil eigentlich. Wenn du ohne deine Waffe hast und ich damit ein Schild. Nein. Ich bin nicht so der Teamplayer-Inners. Haha. Mach das jetzt. Mach doch bitte immer nicht das Fenster da. Ich will da rein. Ich muss ihn vernichten. Oh. Tutzen, Junge. Okay, Baby. Wie heißt das? Oh, ich legge ein bisschen. Mein Internet ist schon. Am abkacken. Hier, wenn man rausfliegt wegen Internet, kann man wieder beitreten. Ja, das haben sie jetzt mit dem neuesten Patch hinzugefügt. Echt? Ja. Darf ich die Wand aufmachen? Ja, ne? Magst du mal herren? Mach mal auf. Hier. Ist der das schon? Aua. Okay. Wann ist der denn? Wo kam das her? Dieben, hau raus. Ah, okay. Von rechts. Von rechts. Dieben machst du auf? Warte. Ich hab den schon mal. Guck mal weg, bitte. Guck weg. Ich hab den klärt. Hab ihn. Nico, warte. Du bist da schon drin? Warte. Ja. Auf der anderen Seite hab ich das. Der warte auf mich ja nicht. Ich mach grad mein anderes Schild dran. Ja, warte. Ich muss nachladen. Nein. Ja. Ja. Du bist halt wieder. Ah, man. Das war halt jetzt GG Team Absprache. Ja, nein. Sch. Du kannst mich nur holen. Ja. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Die Runde darf man sich nicht angucken. Eigener Trupp wurde eliminiert. Was denn für ein Scheißler grad? Ja. Damit GG, ne? Ja, Leute. Ab und zu muss man auch mal sehen, wie Team Gaming am abkacken ist. Ab und zu mal. Das, was wir eben gerade gemacht haben, Janik, das zeigt mehr als dass wir Noobs sind, Alter. Warum denn? Weil du nach rechts gelaufen bist in dem Moment, wo ich schieße und du sagst, ich soll den wegmachen. Das war halt GG, aber naja, damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss Terết Porque tack. du